so leute es geht los hier crisscross with you seid ihr heiß wir gucken uns heute an wie das game in friendly modus läuft ich habe hoffnung ich habe hoffnung alles wird hoffentlich besser leute seid ihr bereit ich hoffe ja wir werden uns heute messen wird ein geiles special denke ich und zumal wir auch mal mit low teams spielen hoffentlich mit low teams es kommt ja dann auf zufall an ich werde das ganze jetzt hier gleich noch mal erklären für alle leute die mitmachen wollen jeder ist eingeladen wer eine ps4 oder ps5 hat und account leute der kann heute mit spielen gegen mich die chance haben hier zu spielen um 5 euro psn gut haben und alle teilnehmer die in der liste sind ja die mitmachen wollen ja die gleich ausrufezeichen ticket in den chat knallen die werden noch mal eine chance haben auf dem pot das heißt alle zuschauer ja die mitmachen wollen können natürlich da mitmachen und dann wird das ganze auch noch mal verlost leute das wird ein geiles ding und jeder hat heute die chance zu gewinnen falls ich verliere das wird eine geile sache leute ich hoffe ihr seid am start jetzt noch mal evo halb in den chat hauen auch wenn ich momentan mich schwer tue mit dem game leute bin ich trotzdem noch im evo fever so ist es nicht wir lassen das game los ich hoffe auf einen geilen patch demnächst im märz und so lange werde ich mich hier durchbeißen so sieht es aus jetzt grob ich spiele als erstes gegen lenny pohl 2005 lenny du bist am start du guckst wahrscheinlich gerade fußball jetzt musst du aber selber ran ich muss erst mal schreiben dass ich im tv bin ja du wirst hier jetzt vor einigen leuten spielen müssen und die ganze crisscross army steht hinter dir ps5 hast du am start ok das ist ja gar kein problem ist doch geil und ich lose jetzt dein team aus mit dem du gleich spielen musst und welches du dir auswählen musst in dem friendly modus leute ne so jetzt bin ich gespannt welches team bekommt lenny gegen mich leute dreimal auf zufall let's go es ist schon mal nicht eins newcastle wäre geil gewesen haste aber nicht haste aber nicht lenny das war das erste mal wir gehen weiter mit der zweiten mannschaft es ist nicht napoli es ist auch schon mal nicht lenny the best ok leute passt auf und der dritte versuch kommt jetzt let's go 12 und du spielst mit nottingham rw vier sterne immerhin jetzt gehen wir wieder zurück jetzt kommt mein team Leute wer feiert diesen content wenn konami kein content macht eins in den chat wer ist am start wer feiert das geil das ist wieder spannend wie früher auf der couch zufall teams gegeneinander ich liebe das ich liebe das ich liebe das welche mannschaft habe ich es ist nicht das haushalten ist es schon mal nicht das haushalten ist es schon mal nicht es ist nicht lens ist es auch nicht jetzt kommt es ist zu sparen ich will dich welche mannschaft muss ich jetzt nehmen nottingham gegen 1 2 3 Liverpool let's go wieder luck ist da leute luck ist da ich kriege lima pool das ist stark das ist stark Leute das gibt es nicht kann man nehmen das glaube ich nicht auf ein geiles match mit normalen teams hier und mal gucken wie das jetzt hier so läuft ne ist das langsam ey ist ganz strange ey 1 0 lima pool das ist stark ich hoffe bei dir spielt es gut aber es ist ja kein vergleich zum schnellen online gameplay von dreamteam alter dann ist viel zu aufgeregt gucken wir mal gucken wir mal dann hat natürlich auch nottingham leute ich habe ich habe mega luck gehabt mit meinem team ich sage euch wie es ist ich habe mega luck gehabt jetzt auf außen hat gar keiner naja starker passt starker pass auf nunis oh den lupft das schön lange kitzfeuer und Liverpool die reds machen das oh oh jetzt bin ich nochmal am schwimmen hier Nein, Anschlusstreffer, nein, das wird noch mal spannend, ach du Scheiße. Das war's, Glück gehabt, 2-1 ganz stark gegen Liverpool, GG, den Chat für Lenny, Leute, GG für Lenny, alles gegeben. Starkes Ergebnis hier mit Nottingham gegen Liverpool, es sollte nicht sein, GG für Lenny. Fratelli, Leute, einer meiner heftigsten Supporter, ein Fantasmo, komm in mein Team, Fratelli, Junge, stark, dass wir mal gegeneinander spielen, das ist geil, das ist geil, Fratelli, 1, Getafe ist es nicht, Nummer 2, Liverpool ist es auch nicht, es tut so weh, warum nicht, weil jetzt der dritte Versuch kommt, das ist geil, wir feiern das. Fratelli spielt mit, Stade-Brestois, 29, 3 Sterne, französische Liga, Schadenfreude ist da, jetzt schon mal, Alter, was ist das denn, Stade-Brestois, Fratelli, geil, Alter, kennst du da überhaupt einen Spieler, ich glaube nicht. Wer ist das, wer ist das, Sevilla Triana, oh, 4,5 Sterne, das ist stark, Sevilla, wie kann man so viel Lack haben im Leben, und auf außen, er sieht ihn, Leute, er sieht ihn, Schuhe an mich, Schuhe an mich, Tempo rausnehmen, nach innen ziehen, klasse, oh, stark gesehen, klasse, ja, Brudi, Fick hier, kurz vor der Halbzeit, Leute, keiner feiert, ich weiß es, es ist Ruhe im Chat, Totenstille. GG 1-0 für Sevilla Triana, stark, Fratelli, starkes Mensch, GG, das ist stark, Leute. Wer wird derjenige sein, der mich als erstes schlägt, 9 Spiele in Folge gegen die Community habe ich geholt, keine Niederlage, Leute, der Einzige, der jetzt insgesamt in 16 Spielen gewonnen hat, ist R123 Rob, wer ist jetzt hier am Start aus dieser Liste, der gegen mich spielt? Doc Snyder, auch sehr bekannt hier in meiner Christosami, Doc Snyder, langjähriger Zuschauer, mega geil, Supporter und Subscriber, Snyder, komm rein, Snyder, wir wollen dich sehen, wir wollen dich sehen, und jetzt werden wir zuerst mein Team auslösen, Snyder, erstmal bist du da, hast du Bock? 1, nein, 2, das wäre auch geil gewesen, mit welchem Team muss ich spielen, let's go, Snyder, das wird jetzt mein Team, einmal noch auf Zufall drauf, das wird jetzt mein Team, und 1, 2, 3, was ist das denn? Jetzt für Snyder, 1, Nottingham hat man heute schon mal gesehen, zum Glück nicht nochmal, 2, Bilbao, ok, letzte Chance vorbei, ich spiele mit Ajaxio gegen Sevilla, so, alle Leute, die hier neu drin sind, wir machen Friendlies mit normalen Teams und Zufall, also wir haben uns die Zufall Teams ausgesucht, stark hier von Kone, stark hier von Kone, marschiert, da, durchgesteckt, schönes Ding, 1, 2, 0, Ajaxio, im Handumdreh, das war Ajaxio, Junge, das glaube ich nicht, Ajaxio, Ajaxio ist on fire, Chris Cross ist on fire, Leute, was ist los, wie soll ich dieses Spiel jetzt nicht feiern, Ajaxio, jetzt haben wir wieder Konami-Server, Leute, nein, Alter, ich führe jetzt 1, 0 mit dieser Truppe und dann sowas, egal, komm, wir versuchen es nochmal, wir versuchen es nochmal, komm, das zähle ich nicht als Sieg jetzt, Boah, schön von hier, Vidal, Vidal, und jetzt am Außen, Double Touch, ja, das ist 1, 0, kein Double Touch, aber mit dem Konter, wir haben ihn gebracht, der 69er, Leute, alle sind wieder ruhig und alle schweigen, wieso feiert im Chat keiner? Rainbow Tours, Rettema, und ich habe, oh, 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 das ist geil gespielt, 2, 0, Ajaxio, Leute, ich feier dieses Team, so, mein Team wird es sein, 1, Start René, ich sage es schon mal nicht, 2, Montpé Herrão, jetzt kommt es drauf an, mit wem spiele ich jetzt gegen meinen Gegner, der gleich ausgelost wird, Flamengo, geiles Team, Brasilien, CR, Flamengo, Malocha, oha, starker Gegner, Division 1, Malocha, jetzt kommt dein Team, Pisa Sporting Club, Flamengo gegen Pisa, aber wenn du mal nachricht, mal nachricht, der schiefe Tour von Pisa, bist mein Freund, 1, 0, Flamengo, das ist starkes Spiel, Pisa, ich mache aus dir den schiefen, hey Leute, das gibt es ja gar nicht, Anocha, da habe ich dir gut durchgesteckt, da habe ich dir gut durchgesteckt, aber dieser Pass darf niemals ankommen, dieser Pass darf eigentlich niemals ankommen, mit Dreieck durchgesteckt, die Dreieckpässe vom Tor sind einfach unfassbar, starkes Ding, 1, 1, 8, du scheiße, Pisa, alter, er macht schon R2-Schuss, geiles Ding, oh nein, GG, Elber scheißen, wir haben Elfmeterschießt nicht eingestellt, jetzt beim neuen Raufen, das ist mein Fehler, ich gebe dir 5 Euro PSN dafür und 5 Euro an die Community, Leute, pass mal auf, Malocha, wir machen Golden Goal Game, hier, wer das erste Tor schießt, bist du damit einverstanden? Okay, shit, ey Leute, ey, bitte erinnert mich an sowas im Stream, wenn ich sowas vergesse, das ist natürlich jetzt echt blöd gelaufen, ey, ich verschenke wegen meinem Fehler ein Abo an die Community, Leute, FARA, willkommen in der Christmas Army, herzlichen Glückwunsch, willkommen im Tief, Ciao, es tut so weh, es tut so weh, es tut so weh, wer ist mein nächster Gegner, 1, 2, 3, René, das glaub ich nicht, du hasst deinen Mensch, nein, es ist CD-Apidu für René, wer ist das denn, Valadolid? Start, Valadolid! Oh nein, wie bitter, ich hab gewonnen, Alter. Das war's für dich, Brudi, Valadolid, der bleibt einfach unbesiegt. Jetzt tut mir so leid, René, es tut mir leid, auch dieser Pünfer geht nicht an die Community. Danke für alles, danke für die Fotos, für die Bits vor allem und für die Subs vor allem, Alter, wir sind auf starken 157 Abopunkten, Leute, vielen, vielen Dank für euren Support, Ciao, ciao!